Was will noch über Kriegsschiffe rumschwimmen? Das hier unten ist die letzte. Die Schwalbe da unten. Danach hat er hier oben noch eines und den Rest haben wir tatsächlich nie gekämpft. Apropos, du! Sie haben den Feind niedergerungen. Ey, wieso kann er nicht... Wie kann nur auf bewaffneten Schiffen verwendet werden? Wieso kann das Teil überhaupt angenommen werden dann? Zwischen zwei Mitspielern herrscht Krieg. Das ist jetzt enttäuschend. Nun, ich hätte es dir kriegen noch eine weitere Intermannschaft. Einfach geschenkt. Gut, vorwärts. Und die Schleifung kann beginnen. Kommando wird ausgeführt. Vorwärts. So, voran. Ihre Betriebe stellt keine Waren mehr her. Aufbruch! Was nun? Wird gemacht. Wir sind bereit. So. Ah, das ist natürlich brennt der. Was nun? Euer Befehl. Nun gut, rückt auch die Seminärstellung vor. So nach hier hin. Auf euer Gehalt! Wir stehen zur Verfügung. Die Keheimbrecher können nach hier hin vor rücken und die Flanke sichern. Wir sind hier nicht los! Unterdessen. Bringt die Geschütze nach vorne. Wie ihr wünscht. Alles klar. Ja. Ihr wünscht? Ja. Auf sie! Auf sie! So. Und hinter uns können wir einfach alles einstampfen, was uns im Weg steht. Hallöchen, Sivanas! Willkommen! Wie steht's? Macht das weg. Was? Wirklich? Ambitioniert's. Nicht so nicht klug. Tut, was ihr müsst. Ihr wünscht? Ausschwärmen! Was nun? Ja. Da! Alles in die Luft! Achtung! Stillgestalten! Im Laufschritt! Nichts kann uns standhalten. Wir gehen gerade schweren Herzens unseren besten Freund Willem an. Ach ja, und wir haben den Schiffsaldenkern in Auftrag verkackt, weil nur bewaffnete Schiffe wir ihn annehmen dürfen und sobald wir den auf ein anderes Schiff setzen, Auftrag gescheitert. Ja, das war nicht sehr gedurchdacht, Spiel. Schicken wir dieses Schiff runter, um sich ein paar weitere Schatzkarten zu holen. Eure Anweisung? Macht sie platt! Zwingt sie in die Knie! Euer Befehl? Jawohl. Wie lautet euer Befehl? So. Vernichtet den Feind! Wir stehen zur Verfügung. Ihre Befehle? Mitkommen. Und hier kann alles weg. Einmal hier rüber. Sehr müde, kein Schlaf. Greifen, aber... Oh. Und was hat den Schlaf genommen? Was nun? Bereit? Lasst sie bluten! Erteilt euren Befehl! Wir stehen zur Verfügung. Ihre Mineure haben die feindlichen Mauern durchbrochen. Hoffentlich etwas Angenehmes. So. Wir hatten für diese Flotte hier unten, äh, für diese Armee da unten eine Mineurstellung verloren. Weil die versenkt wurde, wenn wir nicht aufgepasst haben. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Transportiert bitte eine neue hier rüber. Ihre Mineure haben die Mauer des Gegners gesprengt. Ach ja, und macht das weg. Wir hören! Aber jetzt ist eure Hauptaufgabe... Wir sind auf dem Weg. Eure Anweisung? Ist. Geländeverwehrung. Sind auf dem Weg. Was nun? Sind auf dem Weg. Willem. Wirklich? Schergen? Weißt du was? Ich lasse ihn infiltrieren. Das bedeutet nur, dass wir einen weiteren Schergen aufgelo... Ausge... ...aufgedeckt bekommen. Achtung! Zum Angriff! Eure Anweisung? Ihr wünscht? So, so. Wir stehen zur Verfügung. Die Armee marschiert los! Mit M können wir uns den Militärbereich schon mal anzeigen lassen, was durchaus nützlich sein kann. So, dann ziehen wir die Front jetzt hier lang. Bringen die Mineure-Gruppe nach da hin. Von wo ist die in der Lage ist, ein bisschen mehr Extraschaden zu machen. Diese Mineure-Gruppe geht nach hier hin. Und ihr beginnt inzwischen dann, die städtischen Bereiche zu bombardieren. Wie ihr wünscht. Alles fertig. So sei es. Jawohl. Ah, der Feind will sich da hin bewegen. Das ist in Ordnung. Dann kommt die Kanone da rüber. Was nun? Die Mineure-Stung macht das gerade weg. Wenn der Feind hier anlegt, können wir ihn auf diese Art und Weise hier angreifen. Ja, dann müssten wir da in den Bereich rein bewegen, was sie ungern will. Dann wird alles klarkommen. Klar gehen. Hier. Check die Verstärkung nach da rüber. Ja. So, die nächsten Mineure gehen da rüber. Und die werden gedeckt von der Halbmond-Garde. Auf, auf! Bei mir, ganz angenehm. Eigentlich wäre diese Runde ein bisschen später am Tag gekommen. Aber ein Sieber-Match findet dann statt, wo ich eigentlich aufnehmen wollte. Was bedeutet, dass wir es alles nach vorne gezogen haben. So, da sind sie auch schon am Unterwegs-Sein. Sie lautet euer Befehl. Nichts kann uns standhalten. Ihre Mineure haben die feindlichen Mauern durchbrochen. Achtung. Gut. Das... Das... Andere als... Das. Ja, nicht für lange. Los, 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 los! Was nun? Wir sind bereit. Wir sind bereit. Sie haben den Feind niedergerungen. Gut. Wechsel oder Ziel da drauf. Aber das ist nicht erreichbar. Lasst sie bluten! Dann verschieben mich nach vorne. Und so auch so, dass ihr den Turm da hinten mit beschießen könnt. Damit er nützlich bleibt. Bereit. Bereit. Rückt ihr nach hier vorne mit. Die Armee marschiert los. Warum mache ich mir Sorgen darum? Der Turm ist sowieso nicht mehr lange da. Sind auf dem Weg. Was nun? Wenn mal dieser Turm weggemacht ist, können wir dann versuchen, den Marktpatienten zu beschießen. Riecht euch trotzdem schon mal ein Stück weit näher. Weil es keinen Grund gibt, das nicht zu tun. Das ist Blumen. Wie brennt ein Wasserbecken? Ja. Also ja, bei mir geht es ansonsten angebracht, würde ich schätzen. Ich glaube, angebracht ist die richtige Formulierung. Oh. Ich habe kurz nicht hingeguckt. Ich fand, dass wir sehr viel Material, das wir hätten gebrauchen können. Wir sollten das schnell einnehmen, damit wir ein bisschen mehr abreißen dürfen. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Euer Befehl. Auf euer Geheiß. Ihre Minöre haben die feindlichen Mauern durchbrochen. So können sie das Abwehrturm hier weg. Sie haben den Feind niedergerungen. So, Feind ist niedergerungen. Euer Befehl. Sehr gut. Wenn das weg ist. Ach ja, ihr könnt euch schon mal da hinten drum kümmern. Alles in die Luft. Ihr wünscht. Ihr könnt. Sobald ihr zurück zu das machen. Ah, ihr könnt das weg machen. Ihr könnt vorrücken und euch bereit machen, hier weitere Sachen zu löschen. Kommando wird ausgeführt. Wie lautet euer Befehl? Erteilt euren Befehl. Euer Befehl. Macht den Turm weg. Alles in die Luft. Wie lautet euer Befehl? Rückt einfach ein bisschen vor, den Turm wegzumachen. Eigentlich vergesst ihr das. Die Geschütze machen das schon gut genug. Und die anderen Truppen, von denen wir noch ganz, ganz viele haben. Ihr, zum Beispiel, könnt gemeinsam angreifen. Und dann ziehen wir die Schlinge langsam enger. So. Wie sieht's hier aus? Äh, nein, nicht hier. Sondern hier. Genau, ihr seid hier am Einnehmen von Sachen. Wer es nicht tut, einfach alles weg macht. Aber hier hätten wir das Konto nehmen müssen. Na, macht einfach alles weg. Wird schon gehen. So, was hat dieses Kerzenleuchter? Keine schlechte Explosion gewesen. Einmal hier rüber. Oh, wie ein Pelzmäntel sehe ich nicht so. Waffenseile. Eher. Die bricht schon. Meine Zeit ist knapp. Okay. Verabschuldigen dieses Korsaren-Nest. Euer Befehl. Auf euer Geheiß. Sehr wohl. Ihre Mineure haben die feindlichen... Wird einfach aggressiv. Viel Spaß. Der ist gerade noch nicht erreichbar, der Turm. Du gehst da drauf. Du kannst den Turm erreichen. Mach ihn weg. Das neue Mineurlager ist da. Sehr gut. Sehr gut. Dann schicken wir das nach hier oben hin. Achtung. Und du kannst das weg machen. Hallöchen Maximal. Willkommen. Okay. Ihr könnt hier rüberkommen, sich mit dem Turm kümmern. Die Armee marschiert los. Mit so ein bisschen Verstärkung kriegt ihr das alles. Wir marschieren los. Wir hören. Ihr unterdessen könnt das da oben nehmen. Ihre Befehle? Auf, auf! Euer Befehl. Ihr wünscht? Das hier ist euer nächstes Ziel. Gut. Macht das weg. Ihre Truppen waren siegreich. Wieso ist das nicht... Ihr habt das noch nicht weggemacht. Warum nicht? Nö. Ich sagte nö. Geh weg. Hier. Der Kaiser soll Taschengeld nehmen und sich seinen eigenen Kaffee kaufen. Ansehen bei Hofe dienlich sein. Bestechen. Ein wirklich hässliches... Seid bedankt. Für jede Wutige Tat. Für dieser Tribut. So. Achtung. Was nun? Aber wie sieht es bei dir aus, Maximal? Da kommen wir sowieso nicht rein. Oh, sehr schön. Weitere Vormarsche ist jetzt möglich. Eine letzte? Wann war die erste? Und wo werden wir bitte angegriffen? Angeblich. Bereit? Worum geht es? Gut. Bewegen wir die Geschütze hier rüber. Wir sind bereit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So seid's. Bereit? Die Armee marschiert los. Ihr wünscht? Ihre Befehle? Ah ja. Wir haben hier Leute übernommen. Ja. Gut. Das wird alles Umstände hier. Geht nach da rüber und macht euch bereit, die Festung zu sprengen. Es ist kein umfangreicher Auftrag. Geh weg, Puhro. Hast du. Verlässiger Flottenkapitän ist nicht, wann wir suchen. Gefällt dir das Spiel mit dem Freund? Und das her ist leicht besser. Nehmen wir auch Most mit. Nehmen wir Leinenkunden mit. Mit besseren Fischkarten. Und eine hohe Erfolgschancen mit Most. Sachen geben wir es. Und hier Waffenseider. Das sind sieben weitere Schatzkarten für sieben weitere Explosionen. Ah, wir haben hier Sachen übernommen. Wie lebenswert. Ja, hier geht's gerade ein bisschen rund. Ach ja. Wrennt da übrigens rein. Ihr rückt nach und kümmert euch um den ganzen Spaß auf der Seite. Bringt diese Menürstellung schon mal nach hier rüber. Wir müssen den... Was wünscht ihr? Alles fertig. Wir müssen deren... Bergfried mal loswerden. Wir können die hier dafür nachrücken lassen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her. Alles fertig. Sehr gut. Kann die Kanone vorrücken? Den Bergfried zu beschießen, sie kann es. Aber wir können schon dessen auch einfach das dritte... Minörlager rüberbringen und dann verschwindet der Bergfried ohnehin einfach ins Schattenreich. Nichts gemacht. Worum geht es? Bereit? Wir sind bereit. Erteilt eurem Befrieden... Bringt unsere Geschütze, also dementsprechend da... Die kann jetzt mal warten. Ach so, denen zeigen wir... Macht das weg. Nichts kann uns standhalten. Sind auf dem Weg. Sind unterwegs. So, wir können unsere Truppen uns schon ein bisschen ausfächern lassen, um sich einfach um Türme zu kümmern. Denn das kriegen die ohne unsere Beihilfe durchaus hin. Sind auf dem Weg. Wir brauchen nicht unbedingt Minöre, um Türme zu zerstören. Wir marschieren los. Wie lautet euer Befehl? Sagen wir einfach zwei große Herlager arbeiten immer zusammen an einem Turm und damit sollte kein Turm ein Problem darstellen. Sprengt sie weg. Was mit euch bitte passiert? Euer Befehl. Gut, hier ist alles weg. So. Alles wegmachen, als hätten sie die Stadt nie existiert. Was nun? Alles in die Luft! Achtung! Einmal hier rüber. Was haben wir denn hier? Ach ja, wir haben... Er hat einen neuen Palast dahin gesetzt. Wirklich, Willem? Das ganze Gelände gehört uns, aber auf den einen Bereich. Weißt du was, den lassen wir stehen. Wenn es sein muss, dass das Letzte ist, was sie zerstören, dann ist das so. Alles in die Luft! Das nun. Okay, die erste Explosion geht jetzt gleich hoch. Diese Menüren haben genauer das Gegner gesperrt. Ist irgendwo jemand weg? Was ist hier los? Nein, alles ist gut. Mehr gute Kapitäne. So. Pelzmöntel, rein da. Ein weiterer guter Kapitän. Ein weiterer guter Kapitän. Hier, das Zeug behalten wir auch hier für unsere Siedler. Sollen sie ein bisschen Spaß haben, unsere Einwohner. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Gut, was brauchst du für deine Explosion? Waffen und oder Seile? Das ist zu viel, zu viel, zu viel. Macht ihr auf den Weg. Bier, Brot, 50 Tonnen. Auch. Most, 20 Tonnen. Waffenseile, 70... Das ist vielleicht sogar mehr. Nehmen wir ein paar Waffen mit. 40 Tonnen, bringen sie es noch mal. Man greift eines ihrer Genäuse an. Okay, 70 bringen sie es aufs Maximum. Ihre Mineure haben die Mauer des Gegners gesprengt. Der Wind drängt in ihr Gebiet vor. Gebt ihnen den Rest. Nichts kann uns standhalten. Eure Anweisung? Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Dann los. So. Ihre Truppen waren siegreich. Alles wegmachen. In Ordnung. Da drauf. Aus. Expedition gestartet. Ihr zwei macht euch bereit, hier unten den nächsten Turm anzugreifen. Armee marschiert los. Ihr Schiff hat sich auf eine Expedition ins Ungewisse begeben. Ihr haltet das aus. Was nun? Ja. Achtung. Wo ist euer Problem? Achtung. Wir sind bereit. Schickt die Artillerie los, um sich darum zu kümmern. Oder nee. Wisst ihr, dass die Artillerie keine genau ist? In ihrer Stadt treibt ein feinlicher Scherge sein Unwesen. Wie ihr Befehl. Da kümmern wir uns vielleicht um den Schergen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt um den Schergen kümmern. Alles klar. Was ist falsch mit euch? Was nun? Achtung. Kurz verlangsamen. Die Marktplätze ein bisschen ausspähen, weil er unterwegs zu einem davon sein wird. Oh nein. 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 Wo ist der schon aufgestellt? Der ist nämlich wahrscheinlich schon ganz nah dran bei einem Marktplatz. Der feindliche Scherge... Ach nein, von der Infiltration. Okay, dann ist es mir egal. Filtrier so viel du willst. Handelsgebäude erobert. Was nun? Wir stehen zur Verfügung. Was nun? Was nun? Zum Angriff. Achtung. Mach das weg. Zum Angriff. Wird gemacht. Ja. Wir hören. Wir hören. Keine Müdigkeit vorschützen. Achtung. Wir stehen zur Verfügung. Jetzt legt Walter in die ganzen Türme. Okay, das hier ist eingenommen. Sehr gut. Hier oben habe ich mich auch gar nicht drum gekümmert, Walter zu zerstören. Achtung! Zum Angriff!